Darum gehen wir einfach von uns mit dem Wigli in das Platt. Die Wigli sind soziale Betriebsverpackungen. Das heisst, sie finden wir auch im Gruppen, also im Teil von zwei, mit ihrem Kalb, wo sie bis zu Gruppen von 4 bis 4 sind die unterwegs. Und die gehören dann so die Revierkommunen der Märkte. Das heisst, die...